Hallihallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The Eternals Zylinder. Ja, wir waren ja jetzt dabei, diese ganzen Gesichter zu zerstören, die hier so rumliegen. Und, äh, also genauer genommen nicht wir, sondern die Schlangen da oben, damit, die wollen uns ja helfen. Ja, leider wurde das letzte Gesicht, das wir jetzt noch, ähm, zerstören mussten für die Fragmente, die man links unten sieht, die da blinken. Ähm, ja, wurde leider mit einem Speer abgeworfen und ist wieder nach oben verschwunden. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir da in dieses Loch irgendwie reinkommen. Aber da ich da was zum Rauffliegen sehe, hoffe ich, dass es, äh, dass es funktionieren wird. Wir müssen nur irgendwie hier wieder rauskommen, ohne zu sterben. Oh, shit. Wir brauchen den, der fliegen kann, definitiv. Ähm. Wir brauchen den, der wir schaffen würden hier vielleicht. Ja, das geht gut. Sehr gut. So, hier müssen wir es doch schaffen, eigentlich hochzukommen. Ja, dann natürlich nicht. Ach nee, da ist doch gerade direkt noch ein Hochfliegding. Ja, das hätte ich ansteuern müssen. So, damit müsste es gehen. Ein Glück hat es geschafft, nur das Loch da reinzureißen. Manchmal sind es die Aktionen der kleinsten Kreaturen, die zusammenarbeiten, die das Zukunft der Zukunft ändern können. Wenn alles gebrochen wird, sind sie die einzigen, die durch die Kräste befinden können. Wurde irgendwie gesprungen mit dem Pilz. Oh, das sind Explosionsbomben. Das verheißt nichts Gutes. Ich nehme gleich mal welche. Gar kein gutes Zeichen, wenn er mich fragt. Vielleicht kommt jetzt irgendein Kampf hier drin. Oder muss ich das aufsprengen? Oh, da ist so ein Wesen. Der Trevum hat dieses Kreatur bevor und hat sie verletzt. Sie würden das wieder tun. Für sie selbst, für die Trawala und für die Zukunft. Ich will hier niemanden verlieren. Ich habe auch nur die Dinge. Ich könnte vielleicht mit dem Emunitionsmischer probieren. Hatte der denn noch was? Ja, nicht viel. Die magere Sachen, die man hier findet, die müssen wir wahrscheinlich eher essen. Wir können es ja mal probieren. Aber in dem engen Raum mit dem zu kämpfen, ist schon echt mies, muss ich sagen. Die Trevum hat dieses Kreatur bevor und hat sie verletzt. Sie würden das wieder tun. Für sie selbst, für die Trawala und für die Zukunft. Das sagt sich so leicht. Fack, der macht Schaden, ey. So, den nächsten Stein nehmen. Eigentlich nur in Bewegung bleiben, das müsste doch gehen. Bis er wieder seine Fähigkeit einsetzt. So, ein oder zweimal müssen wir glaube ich noch treffen. Boah. Hat er wie einen Stein weggenommen, ne? Shit. Yes. So, was hast du für uns? Das letzte Fragment. Sehr gut. Das ging ja nochmal gut. Das nimmst natürlich wieder du. So, wunderbar. Dann wirst du jetzt vor... Brav, Trevum. Wir bedanken dir für deine Geheimnis. Seit so lange haben wir alle Hoffnung verloren. Und du nur die Rage. Jetzt sind wir stolz, um dein Leben zu sehen und deinem Zukunft zu sehen. All carried within such a small creature. Wenn du bereit bist, lasst du die Trevum, die alle drei der Naturwahl-Mutationen, und wir werden dich auf dem Wessel, das du so hart zu erreichen hast. Aber sicher, dass du bereit bist, Oh, klingt so, als müssten wir oben an den Endkampf führen, wenn wir oben sind. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Alle den Trapfarm tragen die Truhala-Mutation in sich. Ein Trapfarm wird sich verwandeln, wenn die Zeit reif ist. Noch habe ich sie doch gar nicht genommen. Okay. Jetzt sehen wir den Truhala schon ein bisschen ähnlicher, ja? Das müssen wir... Ne, können wir erstmal noch nicht abspeichern, wie es aussieht. Heißt, wir müssen hier erstmal rauskommen. Ähm. Okay. Ja, klar, warum nicht? Sind hier einfach mal nackte Frauen? Das ist ja ein Tempel gewesen, oder was? Muss ich doch gucken, ob auch nackte Männer sie sind. Müsste ich eh rausretuschieren. Ne, da war nix. So, ähm. Wo haben wir eigentlich unseren Dreieugigen? Oh Gott, wir brauchen dringend Heilung. Hoffe, dass hier vielleicht was dabei ist. Was wir essen können, gefahrlos. Das gehört nicht dazu. So, Heilung, 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 Heilung. So, wir müssen wahrscheinlich draußen suchen. Nehmen wir jetzt erstmal wieder hier, ähm, des knackeres Herz ins Auge. So, und dann müssen wir gucken, dass wir hier rauskommen. Oh ja. Also so jedenfalls nicht. Müssen wir den richtigen Pilz finden. Das stimmt doch was nicht. Warte mal, vielleicht muss ich dann auch den hier nehmen. Vielleicht kommt der weiter. Ne? Ach, da ist so'n, 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 ähm, so'n Dampf. Was ist das denn hier? Ach so, ne Flugfrucht, falls wir die denn nicht haben sollten. Verstehe. Wollen wir alles nicht jetzt? Tschüss, Leute, ich geh' ja raus. Die müssen gucken, wo sie bleiben. Okay. Wie lange ich hier oben bin, bin ich so eigentlich einigermaßen sicher, oder? So, wir müssen jetzt dahinter, zumindest leuchtet's da schon. Und ich soll sicher sein, dass ich hier alles erledigt habe. Ja, da wird's wieder, da ist ja dann wieder natürlich die, die Geschichte, dass wir nicht alles freigeschalten haben, was wir könnten. Aber ich hab' ja schon gesagt, das werde ich wahrscheinlich auch nicht tun, wenn ich's nicht zwingen muss, mach' ich das jetzt nicht. Ja, weil, bis ich hier alles zusammengesammelt hab', das, äh, dauert, glaub' ich, ewig. Und es ist auch nicht grad' die spaßigste Angelegenheit in dem Spiel. Die ganzen Zutaten zu suchen, muss ich sagen. Ich frag' mich eh, wie das funktionieren soll. Wir müssten dann ja eigentlich auch die Welten wechseln können, weil hier gibt's ja nicht alles. Manche Sachen kann man hier einfach nicht finden. Gut, äh, Konzentration aber jetzt, ähm, ich muss jetzt zum nächsten Turm. Kann ich das von hier schaffen eigentlich? Ja, das ist relativ nah dran. Probieren wir's mal. Kann ich jetzt grad' den Filterrüssel automatisch wachsen lassen, oder warum steht das jetzt oben da? Ja, das ging eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ein gutes Ende. Ich werd' wirklich, ich werd's wirklich nicht mehr schaffen, nochmal hinter den Zylinder zu kommen, oder? Ah, das ärgert mich ein bisschen. Weil wir hatten definitiv schon die Möglichkeit, aber nicht die Fähigkeit. Ähm, jetzt werden wir's wahrscheinlich auch nicht mehr können, wenn das das Ende ist. Na, kommt der Mathematiker wieder? Und ist sauer? Bestimmt kommt der. Wir können speichern, immerhin. So, Licht zeigt nach da. Ich glaub, da ist ne Cloud. Könnte ich eigentlich jemanden abgeben? Er fällt mir grad' auf. Er hier, also hier der Dunkle hinter mir, ist der, der die erste Mutation gekriegt hat, ne? Also das heißt, wir haben nicht einen mit allen Mutationen. Hm. Ich glaub' ich wird die Cloud weglassen. Ich will jetzt wissen, wie's weitergeht. Klar, wir könnten jetzt hier noch jemanden mitnehmen. Oder mach' ich's? Lass' wir den einen loswerden hier. Wer die erste Mutation hatte. Na gut, dann mach' mal das. Muss man nicht so gierig sein. Also, schrubst du mich jetzt hier, oder wat? Wenn man da angelangt. Ich will euch nix. So, das heißt, ähm... Jetzt werden wir gleich sehen, wer das ist. Gopu, du gehst jetzt in Sicherheit. Immerhin können wir bei der Cloud unendlich einlagern. So, dann geht's jetzt wieder zurück. Will der nicht in den Käfer reinlaufen? Ah, hier war's. So, was brauchst du denn? Explosion brauchst du. Ah shit, wir haben den weggegeben, der die Früchte hatte für die Transformation oben. Ah, ist das ein Mist. Da hab' ich jetzt nicht dran gedacht. Na gut, dann können wir's auch lassen. Da werden wir dann wahrscheinlich eh nicht mehr dazu kommen. Alles klar, das ist hier in der Nähe. Wie brauchten wir dafür? Jetzt hab' ich gar nicht geguckt. Bestimmt mindestens drei. Dann machen wir lieber noch ein paar mit. So, das sollte doch reichen. Oh, nicht das Ding wieder. Ich glaub' den versuche ich mir jetzt mal zu krallen. So. Schnauze voll von ihm. Und wenn noch einer? Oh, das reicht. Wer bist du denn? Krogulu. Hallo und willkommen in der Familie. Du darfst das Ende mit ansehen, was wir hoffentlich bald haben. Oh, wir müssen in die Richtung, wie's aussieht. Nee. Hä? Weil das andere sah jetzt aber auch grad wie ne Cloud aus. Ja, mal gucken, ob wir da einfach rauf können. Singen, ja. Ich glaub' das kann wahrscheinlich jeder, ja. Jeder kann singen, aber ich nehm' natürlich wieder ihn hier. Bist du sicher, dass du die Tourale rufen möchtest? Das sind die einzigen Familienmitglieder, die zum schwimmenden Palast reisen werden. Alle anderen werden zurückbleiben. Ja, definitiv will ich das. Sieht ja schon fast bedrohlich aus. Saugst du uns auf? Ja. Soll ich mal sagen, die Reise beginnt ins Innere des Truhalas. Am Ende war es alles ne Farce und der wollte uns eigentlich nur fressen die ganze Zeit. Es gibt so viele von uns jetzt. Vielleicht morgen oder in 100 Jahren. Die Truhala wird weg. Und alles, was von uns bleibt, werden die Erinnerungen, die Eukaryen. hinter dir. Oder vielleicht durch ein Miracle, werden wir wieder aufrufen. Und unsere Kinder werden deine Kinder über den Schaum. Schön bunt ist es in den Truhalas. Wir haben gar keinen Hunger mehr, sehe ich gerade. Weißt du, was die Zukunft für uns hat. Alles, was wir haben, am Ende, ist dieser Moment. Und in diesem Moment, alles, was wir fragen können, ist, dass sie uns singen. Ehrlich gesagt, klingen die Truhala auch gerade nicht so danach, als könnten die singen. Ich glaube, die haben irgendwie ein Stimmproblem. So wie die klingen. Deswegen freuen sie sich umso mehr, wenn wir singen. Ich wünsche ja, ich könnte es tun, aber das Spiel lässt mich nicht. Erstmal Augen wegbrennen. Spuckst du uns jetzt wieder aus? Oder kommen wir am anderen Ende wieder raus? Oh. Da sind wir. Wir haben es geschafft. Juhu. Und jetzt? Feiern wir? Wo sind das? Wo ist das Essen? Wo sind die? Oh nein. Warum hier oben? Wieso? Wie? Wie geht das? Wie kommst du hier hoch? Ah shit. Ich habe doch gewusst, dass es einen Endkampf gibt. Ich hoffe es, dass sie das tun. Ich kann wahrscheinlich jetzt gar nichts tun, ne? Das bringt wahrscheinlich nicht viel. Ah shit. Und jetzt sind noch mehr von den Dingern. Das wird nicht so leicht. Ich kann mich nicht mehr von den Dingern. macht ihr jetzt endlich fertig verdammt jetzt haben wir ein problem nein bringt er uns um nicht wiederbeleben kommen es geht das ist ein bisschen langer hängen ist für ihn reizt nicht scheiße Ich hole ihn noch zurück, definitiv. Lass ihn ja nicht hängen. Oh, shit. Nicht runterfallen. Wie lange dauert das denn noch? Was macht der denn? Scheiße, ist der weg? Kann ich den nicht mitrückholen? Los, du schaffst es, Thriller. Du schaffst es. Los, mach ihn endlich alle. Was ist das? Oh, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen da jetzt rein, aber... Oh Mann. Wir haben trotzdem einen verloren. Einer musste leider doch dran glauben. Oh, den können wir nicht. Den können wir auch nicht zurückholen. Höchstens dann über die Cloud. Aber warum soll ich da reingehen in den Feind? Das ist doch eigentlich auch seltsam. Und was machen die Dinger hier eigentlich? Ich habe mich nie getraut, da reinzugehen. Gar nichts. Ja gut, dann müssen wir wohl mal gucken, was wir im Kopf des Mathematikers vorfinden. Aber wahrscheinlich... Also ich weiß noch nicht, wir tun das in der nächsten Folge, wollte ich sagen. Aber mal gucken, wie lange das Spiel noch geht. Sonst schneide ich es vielleicht ran. Falls das das Ende schon ist. Hallihallo Leute. Willkommen zu The Eternal Cylinder. Wahrscheinlich am Ende des Spiels schon. Wir hatten gerade einen epischen Kampf zwischen dem Mathematiker, der uns unbedingt noch aufhalten wollte. Und hier dem Tchulhala, der uns geholfen hat. Gott sei Dank. Leider haben wir trotzdem dabei einen verloren. Alles egal, was ich gemacht habe. Ich konnte ihn leider nicht retten. Jetzt müssen wir wahrscheinlich über den Kopf des Mathematikers gehen. Und uns Sachen über die Vergangenheit anhören, schätze ich. Eine einzige Strecke, ja? Ich will da nicht hin. Nein! Läuft er auf uns zu? Kann ich... Ich muss doch nicht einfach in die andere Richtung gehen. Wo ich ja schon neugierig bin, aber... Ne, wir können hier nicht weiter. Das Spiel will, dass wir in die Richtung gehen. Und den richtigen Mathematiker kennenlernen. Wer bist du, was willst du, warum bist du hier? Das soll heißen? Du hast gezeigt, dass der Cylinder ist nicht perfekt. Es kann nicht die Krieg verloren haben, aber... Es hat sicherlich verloren, die Kriege verloren. Und das hat nie passiert. Das ist so viel mehr, ich wollte dir sagen. Aber es ist nicht genug genug, und ich habe einen finalen Ziel. Okay, wo führt er uns hin? Hey, sind wir jetzt im Universum? Reisen wir jetzt durch Ortale? Okay. Oh, hallo Teihala, ich bin wieder zurück. Oh, der bewegt sich ja immer noch. Sag mir jetzt nicht, dass er den jetzt doch noch killt. Also den Tchihala killt. Geht er jetzt jemand anders nerven? Oh, da rollt er den wieder zurück. Na los, was machst du jetzt? Kann er den wirklich zerstören? Was? Okay. Er hat einen Teil zerstört, aber sich mit, ja? Wieso sieht der so seltsam aus, der Cylinder innen drin? Das war's? Oh, da springt er freudig rechts. Und unten rechts sehen wir auch, glaube ich, noch unsere Familie. Oder sind das vielleicht sogar alle, die noch in der Cloud waren? Ich war mir jetzt nicht sicher. Ah, schön. Das heißt, wir können wieder in einer Welt leben, aber was ist mit dem Zylinder? Ist der einfach nur kaputt? Weil es sieht so aus, als wäre ein Teil kaputt, aber der Rest könnte ja noch weiterrollen. Joa, das heißt, dann kann ich ja zu dem Fazit im Spiel kommen, hä? Also, ich weiß auch nicht, ob es noch irgendwie ein anderes Ende gibt, wenn ich jetzt die ganzen Sachen gefunden hätte, die ganzen Zutaten noch. Aber das war mir, ich habe ja schon gesagt, das wäre mir zu aufwendig gewesen, weil das macht halt nicht so den Spaß. So, an sich, das Spiel ist einfach mal ein cooles Konzept, so diese Mutation und so das zu spielen. Fand ich ja von Anfang an ein cooles Konzept, aber ich muss sagen, es zog sich ziemlich das Spiel. Ich weiß nicht. Es sind so einige Gameplay-Sachen, die ich ein bisschen schwierig finde. Eben zum Beispiel, dass man nicht so richtig zielen kann, dass das Springen manchmal nicht so gut funktioniert, wenn man irgendwo hoch will. Also, die Steuerung ist manchmal ein bisschen hakelig einfach und ich weiß nicht genau, was ich noch mir anders gewünscht hätte, aber irgendwie fand ich es an einigen Stellen halt doch anstrengend einfach nur. Ja, ja. und meine eigenen Leute, deren Namen ich nicht erinnern kann. Aber auch als was mir fehlt, und dass ein Tag die Cylinder ihre Destruktion wird, ich weiß, dass ich Teil dieser Familie war, nur für ein wenig Zeit. Und das gibt mir ... ... Hoffnung. Ah ja, interessant. Ja, wie ich gesagt habe, es zog sich an einigen Stellen, und ich weiß nicht, es hatte dann teilweise einfach nicht so den Spaß gemacht, die Welt zu erkunden. Ich wollte dann eigentlich eher nur weiterkommen. Gut, das Problem habe ich, glaube ich, bei vielen Spielen. Aber hier war es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ähm ... Keine Ahnung, was man da hätte vielleicht anders machen können, ob man vielleicht die einzelnen Bereiche, wo man sich noch bewegen konnte, noch hätte abwechslungsreicher gestalten, verschiedene Sachen noch zu entledigen. Jedenfalls, äh ... Ja. Ich will gar nicht zu viel meckern. Ich habe trotzdem Spaß mit dem Spiel gehabt. Und wie gesagt, ich finde es eine interessante Idee, die man hier umgesetzt hat mit den Mutationen. Und einfach diese Geschichte, die eben, wie ich immer noch glaube, vielleicht so eine Anlehnung an die Evolution sein soll, wie sich halt Wesen entwickeln und wie weit sie sich entwickeln können. Und vielleicht auch ein bisschen Gesellschaftskritik an den Menschen. Oder wie die Menschen sich entwickelt haben. Und vielleicht auch nicht entwickeln sollten. Im besten Falle. Ähm ... Siehe den, äh ... Mathematiker und so. Dieses über ... Verstandsbasierte, oder soll ich sagen? Dieses alles sich gleich machen wollende. Was ja irgendwie der Mathematiker wieder gespiegelt hat. Alles gleich werden soll. Und, äh ... Die Trap haben sind ja eher sehr unterschiedlich und haben dadurch aber in der Gemeinschaft eben diese Fähigkeiten und haben letztendlich, äh ... Ja, überstanden das Ganze. Und darum geht es wahrscheinlich. Ja, ich lasse die Quelle jetzt mal wieder durchlaufen, würde ich sagen. Und verabschiede mich für das Let's Play hier. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Und ... Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Äh ... Lasst gerne mal ... Ähm ... Ich wollte schon sagen, lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Immer noch sowieso. Aber vor allem, wenn ihr das Spiel selber gespielt habt, würde ich mir gerne eure Erfahrung mit dem Spiel ... ... erfahren. Und, äh ... Wie ihr es gefunden habt. Ansonsten ... Wir sind uns im nächsten Let's Play. Tschüss. Schöckeres. Ansonsten ... Schöckeres. Oh, oh ... Das ist nicht. Schöckeres. Schöckeres. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020